Hi Leute, ja, ich bin's wieder mit einer leider nicht so positiven Info und zwar, ich will Pokémon abbrechen, weil es mir im Moment überhaupt keinen Spaß macht. Moment. Ja, es macht mir keinen Spaß durch diese blöde Höhle die ganze Zeit zu stopfen und versuchen Graudon zu besiegen und ich hab gemerkt, dieses Let's Play, das spricht mich im Moment nicht so an. Ähm, ich werde es pausieren, also ich werde es nicht abbrechen, ich werde es pausieren. Das heißt, ich werde jetzt ein anderes Game Boy Advance Spiel erstmal durch Let's Playen, das habe ich mir vorgenommen und danach werde ich Pokémon weiterführen, weil ich hab im Moment so wenig Bock darauf, echt ey. Ich glaub, ihr merkt es auch selbst in meinen letzten Videos, ich hab einfach keine Lust mehr. Ich geh da durch die Wellen, laufe die ganze Zeit so mit so einer Stimme rum, total monoton und langweilig und ich denke, wenn ich keinen Spaß dran habe, es aufzunehmen und zu spielen, dann habt ihr auch keine Lust es anzuschauen, wenn ich so monoton labere und das will ich euch einfach ersparen. Und es tut mir leid für all diejenigen, die sich darauf gefreut haben, dass das Let's Play endlich beendet wird, aber ich hab im Moment keine Lust darauf. Äh, das neue Let's Play wird durch Let's Play, das geht recht schnell, danach wird Pokémon weitergeführt. Und ja, mein zweiter Channel, Safi Angel, das ist mein FanDub-Channel. Manche haben ihn ja schon entdeckt, vielleicht sogar die Videos angeguckt, was ja eigentlich nur Re-Uploads sind. Dort werden alle zukünftigen FanDubs von mir und meinen Freunden eventuell kommen, SongCover werden von mir kommen und wenn ich was auf Klavier spiele. Okay, die Klavier-Lieder werden da hochgeladen, die zukünftigen. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Sorry nochmal für Pokémon, aber ich hab echt keine Lust im Moment. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen und ich hoffe, ihr könnt mir auch verzeihen, dass ich wenig Zeit habe im Moment. Das ist auch ein weiterer Punkt, weshalb ich Pokémon abbrechen möchte. Pokémon ist einfach ein sehr, sehr aufwendiges Let's Play. Und wenn ich zum Beispiel jetzt dann gereizt und gestresst von der Schule komme, mich dann hinsetze und versuche, Pokémon aufzunehmen und nur rumrage, das ist auch nichts. Weil das Spiel regt mich zur Zeit echt auf. Ich hab halt im Moment Schule, ich muss auch mich nach diesem Infovideo gleich hinsetzen und Mathe lernen, weil ich am Modach Mathe schreibe. Aber es ist sehr, sehr stressig zur Zeit. Und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich nicht so viele Videos hochladen kann. Aber sobald ich Videos aufnehme und hochladen kann, werde ich es auch tun. Zum Beispiel an diesem Wochenende werde ich jetzt mal wieder Spellforce hochladen, weil das kam ja auch schon ewig nicht mehr. Und ich will euch wenigstens ein bisschen Stoff geben, sozusagen, dass ihr mal ein bisschen was gucken könnt da. Ja, das war das Infovideo. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr enttäuscht, aber ich sehe im Moment keine andere Möglichkeit. Und ja, wir hören uns dann in meinen Let's Plays. Ciao!